Heute machen wir unsere alljährige Weihnachtsfeier, dieses Mal in diesem großen Rahmen. Wir haben vom Parkhotel die Möglichkeit bekommen, dieses Jahr hier feiern zu dürfen und wie ihr seht, es ist groß, es ist schön, es ist hell, wir haben Geschenke von Sponsoren, von privaten Sponsoren bekommen und wir hoffen, dass wir eine schöne Feier haben. Das Besondere für mich an dieser Aktion ist wirklich das Lächeln der Kinder. Wir sehen die Kinder ganz oft bei uns mit bei der Tafel stehen mit ihren Eltern und wir sehen oft die traurigen Augen und heute habe ich nur funkelnde, lachende Augen gesehen und das erfüllt mich mit total viel Liebe und Stolz. Na ja, hier, also hier bekommt man Geschenke und fotografiert sich mit der Weihnachtsmann und dann isst und spielt. Ich habe mich heute besonders gefreut auf die Geschenke und auf diese Feier. Also ich finde heute das Perfekte daran, dass ich heute mitfeiern kann und dass der Weihnachtsmann da ist. Wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, den Kindern die Wünsche abzulesen. Also sie konnten sagen, was sie gewünscht haben wollen. Da sind wir auf die Suche nach Sponsoren gegangen und sie haben das bekommen. Das heißt, wir haben hier jetzt wirklich zufriedene Menschen, zufriedene Kinder, die jetzt gleich wieder nach Hause gehen, aber die jetzt schon mal ihr Weihnachten erlebt haben. Integration ist natürlich wichtig, weil wir denken, wenn die Kinder bei uns hier leben bleiben, sie werden ja dann erwachsen haben, eigene Kinder. Und man muss natürlich den Kindern beibringen, dass alle auf dieser Welt gleich sind. Dass es keine Unterschiede geben darf, ganz klar.